was sind das eigentlich sicher sie haben zu den nennen die skelett dinge pass mal auf das können wir auch anders ich glaube da einfach mal mit einem drauf was ich habe gibt mir die kleinen pastillenzen hier bitte ich hatte runtergefallen übrigens wurde uns der rückweg abgeschnitten das ist nicht gut gut wie machen wir den jetzt schon und raketen werfen ja ich sehe es der kann überlaufen ich nicht kreisförmige bewegung wir angebracht wo man die kleinen dinge raus um die winzlinge los zu werden der typ steht der gorlack oder wie er heißt ich will den namen zu nachgucken stellt offenbar die haut auf die btf ich bin weg geflogen ok moment moment dann ist was ich will haben ich bin immer noch mehr der energie für uns und leben wieder eine dieser quellen sehr praktisch wusste ich gar nicht ich bin ja eigentlich gerade nur wieder zufällig runtergefallen mit sich die luft geflogen und runter gefallen und dachte ich wäre jetzt schon wieder tot ist demnach aber nicht so freue ich mich drüber gut ich spreche mal von einfach zack und jetzt kümmern uns wir kümmern uns wir mal richtig um den da ist ein headcub auf meinen kopf gefallen oh hallo na arschloch so langsam sieht er aber kaputt aus so diese kleinen headcubs geben ja mal auf den keks und was hat denn der hier alles hingeworzt ich schieße einfach mal mit doppelläufigen feuer die ganze zeit und guck mal wie ich den kleinen kriege also im kreis laufen habt ihr noch niemand geschadet wer leben braucht lässt sich fallen das war knapp ich habe gerade ein unverschämtes glück ja ich bin doch die shotgun ist der distanz und schuldig mich damit selbst nämlich wäre ich dafür wenn dieser jetzt bin ich tot so und wieder tot hey ich bin so schlau diesmal aber nicht diesmal nicht mein freund deswegen können wir leider nicht kämpfen das sind blöd oder sagt der schüttelt ich würde gerade sagen der schüttelt schon wieder seinen sack unter jetzt sein bein das klingt aber irgendwie falsch verrecke verrecke ich hab auch so eine intelligenz wie ne bockwurst ganz ehrlich wie so eine alte bockwurst warte mal kann ich mich auf das teste ich jetzt aus das teste ich jetzt sowas von aus das wäre mal voll cool komm mal näher ran so ich war hier die ganze zeit weil ich runter fall das ist irgendwie peinlich schön es geht nicht es geht nicht dieser zuge aber es geht leider nicht manchmal weit sprung dabei sprung hilft übrigens sehr schön muss ich sagen man müsste sehr beweglich mit schütteln du mal weiter deine eier ich mache deinen sack den beutel unter deinen füßen ich muss einsehen muss mir im kreis laufen und weniger runterfallen da kann ich runterfallen das merke ich mir weil ich das doch irgendwie hinkriege alter du nicht du noch nicht denn eigentlich wieso ist er nicht gesprungen das versteht nicht hammer auf lehrt hast du es bringt nicht ich hasse das wenn man am abhang ist man hat keinen sprung so die dinger werden noch sehr nervig wenn der kampf sich entzieht da die mir dann doch einiges abziehen ok das wird dann doch langsam lästig mit dem mit dir gut ich bin ein bisschen ruhiger soll ich eigentlich gar nicht sein weiß ich selber muss mehr labern ich bin in einen dieser pflanzen reingelaufen ich glaube das ding hat dem auch gerade geschadet geleitet er leidet er hat geleitet so ich muss überlegen erst mal weniger so sagen kann ich mich die mini dinge nach dem werfen das funktioniert greift an meine kleinen nicht runterfallen angreifen ja klar einfach mal einen raketenwerfer auch es ist doch nicht wahr ich verreck hier gerade an weiter ich mache mir warte mal so ich mache jetzt die billige taktik ich mache jetzt die billige taktik so amolär amolär ich schießt ihm so oft auf den scheiß sack der müsste eigentlich schon längst aufhören headcups zu produzieren sind es gehen mit die viecher nämlich mal so sagt haben wir nämlich verschollen da sind ja noch mehr von den dingen wie viele seid ihr denn verreckt bleibt an meine klein bleibt an baby headcups gut haben wir das endlich hinter uns übrigens wir werden grad was gefällt mir jetzt nicht wir sind unter ihm und ihr wisst was passiert wenn wir auf den so ich schalte mal aufs shotgun und das ding weil das ding kann zielen das aimboard einfach mal so in die luft schießen gucken von wo denn wo seid ihr ich sehe euch nicht die kleinen dinge sind wirklich nerviger als die originale gott sie geht noch so was war das denn wieso habe ich war gewechselt ihr geht mir auf den sack ihr scheiß dinge das sind so verdammt viele von denen die dinge tauchen auch wie aus dem nix auf man kann sie nicht nach den zielen jetzt kommst du mir auch noch in die quere oder was späähn wie jetzt verrecke in der hölle du war ich nicht aus warum nicht gleich so 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 du explodierst wieder aber diesmal bin ich dir hinter der mauer ausgewichen die kleinen wissen nicht was mit ihrer ohne ihre mama anfangen sollen zeigte ihn jetzt kämpft meine kleinen ich habe mich an oder was geht doch meine fresse und dann müssen da werden da wir hier gewesen was ich getan habe was hast du getan es fällt ja eigentlich ein schiffe und gegner und noch mehr gegner und der pro perz und ich glaube das war nicht gut dass ich da rein gelandet bin ich bin hochgeflogen ja ich bin hochgeflogen notiz an mich nicht unbedingt in seltsame löcher reinspringen auch wenn die vielleicht danach aussehen sitzt tun o energie und im prinzip auch energie gut hier waren wir sogar noch schneller allein also das mit den quellen ist es cool das muss ich echt zugeben ich wusste mal remo shotgun jetzt mal gucken was haben man was haben wollen der speicher mal kurz einfach so zur sicherheit gut dann gucken wir mal was haben wenn er die hat uns da versucht zu vergasen nicht nett gut